Hallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4. Help! Ernsthaft? Mache ich die anderen sicherheitshalber mit dem Scharfschüssegewehr? Nein, okay, lassen wir das. Ich dachte, du sollst weglaufen und nicht nicht hinhocken und doof sein. Ich dachte, du sollst weglaufen und nicht nicht hinhocken und doof sein. Oh. Seriously? Ey, schnell, lauf, beweg dich. Oh mein Gott, was, wie, wo, wer? Oh, seriously. Oh, ups. Entschuldigung. Ashley, du bist halt zu fett, ne? Musst du einfach einsehen, ganz klarer Fall. Ach, geht doch so, das ist, Mann. Ja, komm, mach hin. Ashley, get out of there! Ich kann doch den Raketenwerfer benutzen. Wunderschön. Na? Da ist der Letzte. Kochetlo, kochetlo, kochetlo. So, Ashley, bewegt dich. Los. Lauf, 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 lauf. Geh doch. Matalo. Oh, meine Güte. Oh, meine Güte. Oh, no. Oh, das war aber knapp, du. Meine Güte. Der Schlüssel liegt doch da, Ashley. Geh doch einfach raus. Kochetlo, 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 kochetlo. So, Ashley, jetzt lauf aber. Mach hinne. Geh doch. Ja, dann mach auch. Kind, stress mich doch nicht so. Und ist das nicht schön? Jetzt können wir mit Ashley spielen. Yay, wir sind jetzt doof und können nichts mehr. Spinell. Erstmal speichern, damit uns hier nichts passiert. Jetzt kann Ashley mal zeigen, was in ihr steckt. Hallo, bist du lieb, Onkel? Warum hast du gleich eine Zielscheibe auf deinem Rücken? Äh, auf deinem Hinterkopf. Sieht voll scheiße aus. Ach, nicht so scheiße. Mach. La, 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 la. Du lebst ja immer noch, du scheiß Kerl. Stirb! Mach schneller, Ashley, mach schneller, mach schneller, mach schneller, mach schneller. Oh mein Gott, nein! Huhuhuhuhuhuhuhu, das war aber knapp, du. Ja, es hora de Asplastar. No dejes que escape de Lester. Cogedlo, 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 cogedlo. Ja, es hora de Asplastar. Bist du aber doof. Und wo ist der andere? Jetzt komm doch mal hier rein, Junge. Irgendwer habe ich das Gefühl, er macht das nicht. Och nö. Stirb! Oh, cool, Kohle. Puh. Hey, cool, er hat mal Feinde besiegt. Wuhu. Ein Wunder. Oder auch nicht. Eigentlich wollte ich die ja halt beide hier im Raum haben, dass ich einfach hier den Schalter hätte betätigen können, dann wären die beide eingesperrt, aber irgendwie... Naja. Ging das halt alles nicht so schön. Hätte ich auch nicht reingekonnt und was werfen können. Ist da eigentlich was zum Lesen? Ist da was zum Lesen? Ne, das kann ich nicht lesen. Dann halt nicht. Bei diesem Bett muss ich sofort an Code Veronica X denken. Naja. Eindeutig das bessere Spiel, aber auch definitiv schwieriger. Immerhin kurbeln kann sie. Ging das Ellenbark. Ging das Ellenbark. Ging das Ellenbark. Halleluja! Cool! süß wie sie auch da steht niedlich wenn sie ansonsten noch nicht so nervig wäre ich will hier direkt hin aber ich darf nicht sagt sie dazu auch wirklich was großartiges was ich kann dadurch warte mal dann war es die andere tür durch die ich wollte und nicht darf woher hat sie ja nicht auf einmal die taschenlampe egal kann ich ja auch durch aber hier kann ich auch rein okay notiz des butlers dass ramon salazar keine familie hat muss lotzettler seinen starken glauben an die los illuminados genutzt haben um ihn dazu zu bewegen die von seinem ahn versiegelten las plagas zu befreien zur salazar würde so etwas niemals wissentlich tun ich hätte das falsche spiel des lords ahnen müssen jetzt bin ich mitschuldig ich habe keine ahnung was der lord vorhat aber zur salazar wurde nur ausgenutzt nun ist es zu spät zur salazar hat die plage in seinen körper injiziert haben sie erst einmal adultes stadium erreicht gibt es kein zurück mehr der plageparasit stirbt erst wenn der wird stirbt es gibt keine rettung vielleicht hatte sir salazar eine ahnung von den plänen des lords aber ich kann nichts tun ich diene der familie salazar salazar seit generationen ich bin bereit meinen dienst bis zum ende auszuführen auch ein bisschen dumm hey von hier unten sieht's vielleicht ist auf der anderen seite ein geheimgang erst mal meckern ne ey jetzt sie jetzt machen fenster zu oh munition gegner gegner könnte ich doch damit vielleicht auch tot werfen ashley du musst die munition nur in den mund nehmen und einmal kräftig spucken das ist garantiert wie ein schuss vielleicht wahrscheinlich nicht aber egal ich kann es ja mal behaupten und das ist er der kleine sack schön gestell dich mit meinem zimmer wenn ich wieder zu hause bin und jetzt wird es ein bisschen zum horrorspiel wieder ein bisschen und haben hier ein kleines süßes mini rätselchen was nicht wirklich schwer ist immerhin sie kann sogar schieben ein wunder schalter drücken ja folte türen oh manu warum macht ihr das ja wie gesagt einfaches rätsel cool geld money 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 kann jedoch mehr mit ihr finden als ich ursprünglich in erinnerung hatte jetzt wird's gruselig ich mag diesen hintergrund sound überhaupt nicht hallo liebe ritter rüstung tapfere ashley ich bin ganz mutig ich habe eine taschenlampe also fürchtet euch vor mir kann ich damit auch gegner eigentlich blenden nee ich kann damit nicht zielen noch mehr noch mehr rüstungen ist hier irgendwas schönes irgendwas für kleine ashlees nee was ist hier achso nichts gutes Mist Mist die Tür ist verschlossen diese Tür hat kein Schlüsselloch was soll ich tun sieht aus als würden all diese Teile ein Symbol formen schwer zu sagen Teile zusammensetzen ja das ging ja schnell und einfach besser als gedacht weil ich mag solche rätsel eigentlich überhaupt nicht aber das ging ja jetzt wirklich ich habe instinktiv einfach immer das Richtige getan schön ein Teil fehlt noch ja dann setz es doch ein du hast es doch gefunden oder nicht sehr schön Steintafel platziert ich kenne wirklich andere die Stunden an diesem Rätsel verbringen und ich war eben so zack 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 fertig und das war absolut unbeabsichtigt es so schnell zu schaffen aber freut mich natürlich hier ist überall gar nichts außer da hinten ich habe das Gefühl dass etwas Böses passiert wenn ich das nehme oh das ist aber ein schönes Armband das behalte ich ähm gar nicht mehr die ähm so Insigne der Familie Salazar Ah cool Ach du Kacke Hilfe, Hilfe, Hilfe Oh, Aua Falsche Taste gedrückt Hatte ich dir noch ein goldenes auch gefunden? Ne, irgendwie nicht Wo kommst du auf einmal her? Okay, das habe ich wenigstens geschafft Hilfe Oh ne Leon, help Hä? Moment mal, in der Mitte ist eine runde Öffnung Insigne der Familie Salazar verwendet Jetzt kann ich das Ding drehen Podium umdrehen? Ja Leon, ich muss nur Rätsel lösen Ich habe es geschafft, obwohl ich dumm bin Sei stolz auf mich Erfolgreich geöffnet Yay Leon Ashley Du hast gut gemacht Ich bin sorry, wenn ich war Oh, nicht mehr über das Kommt, wir gehen Kommt, wir gehen Süß Sie wollte einfach nur ihn mal knuddeln Jetzt hatte sie einen Grund dazu Du bekommst einige Gegenstände von Ashley Das ist doch schön Ich wundere mich gerade echt Ich konnte doch irgendwo auch ein goldenes mit ihr finden Bin ich der feste Überzeugung Wo habe ich das denn übersehen? Sehr ärgerlich Naja Oh, what a touching moment we have here All spoiled, thanks to your interruption Why don't you do us all a favor and leave before the audience gets pissed off Ha 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 You're nothing but an extra in my script So don't get too carried away Your biggest scene is over I don't ever remember being a part of your crappy script Well then Why don't you show me what the first class script is like Through your own actions Aber das machen wir im nächsten Part Denn dieser Part ist lang genug geworden Und auch Ashley, was ich noch sagen wollte Guck mal, Leiche Sagst du was dazu eigentlich, wenn ich ihn anquatsche? Nö, gar nichts Einfach nur, sie hat wieder Angst Bitte beschütze mich, bleib bei mir Also weißt du, wie nah sie einfach wirklich jetzt bei mir ist Kaum, dass sie Louis gesehen hat Ich meine, hatte an sich nicht immer einen Grund Sie kommt ja allgemein sehr gerne sehr nah Aber hey, was soll's Naja Auf jeden Fall Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören Und bis zum nächsten Part, ihr Lieben Bye, bye 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 Bye